Einer, der eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung hat, ist einfach ein besonderer Mensch. Meine Partnerin weiss, dass ich Schizophrenie habe. Als ich 8 Jahre alt war, habe ich das erste Mal selbst mal gedacht. Wieso hat die Frau mir so nichts? Er hat ja nichts, er hat nichts, er spielt Theater. Ich hatte schon keine Freude mehr im Leben. Ich kann hier wieder reingehen, nicht wahr? Das ist 60, wenn es mir recht ist. Mein ganzes soziale Umfeld ist komplett weggebrochen. Ich habe immer gesagt, ich gehe einen neuen Mann, ohne fremde zu gehen. Ich bin in der EFA und arbeite im geschützten Atelier. Ich habe kein Geld und keine Freunde. Ich habe jetzt als ETH-Ingenieur einen Job gemacht und mich selber in den Spiegel schauen können. Bei meiner damaligen Frau war es, ich glaube, die schlimmste Nachricht ever. Um mich ist es gar nicht so gegangen, aber einfach die Angestellten wussten, wenn irgendjemand gehen muss, dann steht wieder das Schicksal dahinter. Dort ist wirklich alles zusammengebrochen, was dann an die Kündigung noch gekommen ist. Es ist einfach degradiert im Prinzip, das kann man mir wirklich so sagen. Ich bin da sehr gut integriert. Das ist genau das, was ich brauche. Ich habe eine eigene GmbH gegründet und bin dann auf Kundensuche gegangen, nicht mehr auf Arbeitgebersuche. Ich bin halt ein bisschen anders. Irgendwann nicht, wenn sie nichts gefunden haben, das ist psychisch. Ich habe eine große Druck, die sich in die Kündigung Project aus poliert haben. Ah, ich habe ein paar Jahre. Ich habe eine große Aufgabe, die ich in die Kündigung für einen Vertrag mit meinem Geistern befestigt. Vielen Dank.